Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema Proteine, Proteinmangel. Wann haben wir Mangel an Proteinen? Herzlich willkommen, Robert Kaczynski, mein Co-Moderator. Grüß dich, Daniel. Schön, dass du wieder da bist. Proteinmangel. Wie sind denn eine so deine Erfahrungswerte? Du hast ja jetzt schon 1.000, wenn nicht sogar 2.000 Klienten. Testest du die auf Proteinmangel? Ja, aber nicht prioritär. Wir müssen wissen, wie Krankheitsverläufe sind. Die Krankheitsverläufe sind immer zuerst Katabol und dann Anabol. Und Anabol ist immer ein Mangel an Proteinaufbaumitteln. Also Katabol muss man zuerst bremsen. Das heißt, man muss meistens zuerst die Krankenzellen bremsen oder töten, um gesunde Zellen aufzubauen. Das heißt, mein Formslim-Produkt, das ich entwickelt habe, ist ein absolutes anaboles Produkt. Das heißt, ein aufbau- und kräftigendes Produkt. Und wenn ich das am Anfang schon geben würde, wäre das absolut in Ordnung. Aber es ist dann eigentlich wie nicht so prioritär. Und ich arbeite nur mit Prioritäten. Das heißt, wenn ich mit kinesiologisch arbeite mit dem Klienten, mit seinem Surrogat und seiner Foto, dann ist automatisch die Priorität drin. Und die Priorität ist immer das Stoppen der Probleme, das Stoppen der Krankheit oder das Reduzieren von Schmerzen, das Reduzieren von Giften, das Reduzieren von Umweltproblemen. Und das ist meistens erst nachher ist die Heilung das Thema. Kannst du so eine Zahl nennen, prozentual oder vielleicht einer von zehn, die du auf Protein- oder Aminosäurenmangel testest, ob die dann wirklich darauf anschlagen? Also es ist so, dass der Klient, ich sage jetzt mal ein guter Klient, und dann komme ich zu den weniger guten Klienten, die gibt es einfach auch aus meiner Sicht, ist klar, der gute Klient, der tut nicht nur den Katapolenproblem lösen, sondern der macht dann nachher auch die Gesundheit, die Aufbau der Gesundheit. Und weil bei dem Aufbau von der Gesundheit ist es 100%. Aber ich habe natürlich Klienten, die wollen nur den Schmerz weg, was nicht sinnvoll ist. Und dann, dass der Schmerz nicht wiederkommt, die Gesundheit aufzubauen, das machen sie dann nicht mehr. Die sind dann plötzlich weg, weil der Schmerz ist weg. Es ist so wie beim Arzt. Wenn die Schmerzen weg sind, dann nehme ich keine Tablette mehr. Aber das Problem bleibt ja sehr oft bestehen. Aber bei den Leuten, die ganzheitlich denken, haben praktisch 100% Aminosäuremangel. Ich kann das nachher natürlich auch definieren, was ich unter Aminosäure- und Proteinmangel verstehe. Lässt sich das auch schulmedizinisch irgendwie durch Blutanalysen feststellen, ob ich Aminosäurenmangel habe? Ich sage mal ja, aber ich würde bald im gleichen Satz wieder nein sagen. Theoretisch ist alles im Blut nachweisbar, aber ob es stimmt, ist eine ganz andere Frage. Da muss ich ganz klar sagen, ich würde mich im Aminosäurespiegel niemals auf das Blut verlassen, weil eigentlich ja alle Reserven der Aminosäure nicht im Blut, sondern in den Zellen sind. Und diese Reserven nur ganz, ganz kurz sind. Man muss vielleicht mal verstehen, wie werden Proteine aufgebaut? Also wir haben eigentlich das Proteum, das heißt die Gesamtheit aller Proteine, die werden von der DNA zum Teil hergestellt, aber auch von sich selbst. Man weiß nicht so genau, wie das Proteum sich aufbaut. Ein großer Teil der DNA gibt gar nie Proteine und ein Großteil der Proteine im Proteum sind gar nicht in der DNA vorhanden. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie all die Proteine überhaupt entstehen. Das heißt, wenn wir das Proteum verstanden haben, haben wir den Proteinstoffwechsel verstanden. Wenn wir den verstanden haben, haben wir eigentlich sehr, sehr viele Krankheiten verstanden. Die Forschung wird da noch Jahrzehnte forschen, weil die Steuerung dieser Proteine und die Herstellung dieser Proteine über Schwingung geht, über Gedanken, über Gefühle, über Emotionen, also über das, was wir nicht überprüfen und messen können. Wenn wir diese Proteine nehmen, haben wir dieses Proteum, diese Proteine sind ja immer in einer Zelle drin und daraus entsteht ja wieder irgendetwas. Und dieses Proteum ist so unterschiedlich, dass es niemals sagen kann, wir haben jetzt genau das und das und das Mangel, weil wir haben acht essentielle Aminosäuren. Man sagt auch, es sind neun, also ich arbeite mit neun, das neunte haben praktisch alle einen Mangel, das ist das Histidin, wird einfach nicht ganz richtig berücksichtigt, aus meiner Sicht. Egal, ob es acht oder neun sind, wir haben einfach eine basische essentielle Aminosäuren. Aus dem entstehen dann die semi-essentiellen, dann geht es immer weiter bis zu Proteinen. Und wenn jetzt in der Zelle eines dieser acht fehlt, dann kann eine ganze Kaskade von Proteinen nicht gebaut werden. Ist völlig logisch. Ist sie nicht da, kann sie nicht gebaut werden. Wenn sie in der Zelle nebenan ist, kann die Zelle das nebenan machen. Also muss ich deine Frage anders beantworten und sagen, Proteinmangel ist immer da und gleichzeitig nie. Weil immer irgendeine Zelle hat alles noch, aber eine andere Zelle hat es nicht und kann es im Moment nicht produzieren. Und wenn wir jetzt Proteine essen, nehmen wir mal an Eier, dann haben wir einen Wirkungsgrad von etwa 48%. Das heißt, 48% der Proteine, die Zusammensetzung der Aminosäuren im Ei, können wir als Baustoff verwenden. 52% können wir nicht verwenden, weil das Ei macht ja im Prinzip ein Huhn und das ist nicht so verwandt mit uns. Aber das Ei hat den höchsten Wirkungsgrad ernährungstechnisch, höher als Fleisch. Fleisch hat einen Wirkungsgrad von 34% und dann die veganen Proteine haben einen Wirkungsgrad von etwa 18%. Das heißt, nur 18% von Soja zum Beispiel wird dann auch verbaut. Also das heißt, 82% werden verbrannt, werden dann umgewandelt zu Fett und vom Fett wieder umgewandelt zu Zucker. Also das heißt, die Leber macht das, das ist ein Riesenprozess. Also das heißt, damit wir immer genug Aminosäuren haben, haben wir das Problem, dass es abhängig ist, woher haben wir die Proteine gegessen, wie ist die Zusammensetzung und dann haben wir natürlich immer irgendwo einen Mangel. Also das muss immer so sein. Aus diesem Grund haben wir ja, weil es nicht so sinnvoll ist, viel Fleisch und Eier zu essen, damit man immer genug hat. Man sollte in der heutigen Zeit das Fleisch reduzieren, weil es einfach nicht gesund ist, wie es produziert wird. Sollte man, empfehle ich natürlich, die Aminosäuren direkt im richtigen Verhältnis zu essen. Das heißt, wenn du eine Kapsel schluckst, eine Aminosäure-Kapsel schluckst, hast du irgendwo einen Gegenwert, sagen wir wirklich Wert, von etwa 30 Gramm Fleisch. Das ist ja natürlich extrem. Es gibt von den Gesundheitsämtern, von den Instituten immer wieder solche Formeln, wie viel Proteine bzw. Aminosäuren man pro Kilogramm Körpergewicht einnehmen sollte. Und dann gibt es solche Zahlen mit Faktor 0,8 bis 1,5. Da weiß man aber ja nie so wirklich, also wenn ich jetzt 80 Kilogramm wiege und ich nehme den Faktor 1, würde das bedeuten, ich muss täglich über den Tag verteilt 80 Gramm Proteine zu mir nehmen. Das heißt, das steht ja auf der Verpackung, sei es Fleisch, sei es Bohnen etc. Aber wir wissen ja nicht, wie viel davon eigentlich Verstoffwechsel will. Weil du sagtest ja gerade eben, von der biologischen Wertigkeit Ei ist das Beste, alle anderen sind niedriger. Das heißt, mindestens die Hälfte geht, wird verbrannt. Und ein ganz kleiner Teil kommt eigentlich im Körper an. Genau. Also wir müssen schon mal, wir gehen mal zum Neandertaler oder zum Urmenschen zurück. Der hat zwischen 25 und 30 Prozent Proteine gegessen. Also können wir hingehen und sagen, mehr als 30 Prozent Proteine ist ganz sicher nicht gesund. Weil das hat nie jemand gegessen, mehr als 30 Prozent Proteine. Es ist auch schwierig, wenn man nur Fleisch isst, hat man trotzdem mit dem Fett und allem mit 30 Prozent Proteinen. Das Fett hat ja viel, viel mehr Kalorien als das Fleisch selbst. Und dementsprechend, selbst wenn man nur Fleisch isst, ist es schwierig höher zu kommen. Da muss man schon sehr konzentriert essen. Also das heißt, mehr als 30 Prozent ist schon sehr illusorisch hinzubekommen. Und dann, wie du richtig sagst, hast du die Wertigkeit, die eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite hast du die Medizin, die heute sagt, zwischen 10 und 15 Prozent solltest du essen. Und da ist ja auch wieder die Frage genau, wie stellen sich die 10 bis 15 Prozent überhaupt zusammen. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir uns jetzt normal ernähren und wenn wir uns mehrheitlich vegan ernähren, was ich sinnvoll wäre, müssten wir gegen 20, 25 Prozent Proteine essen, weil wir eine tiefere Wertigkeit haben als mit Ei und Fleisch. Also das heißt, wenn wir die heutige Zeit als Basis nehmen und nicht den Urmenschen, der hatte ganz andere Nahrung als wir und viel, viel wertvollere Nahrung, viel, viel dichtere und viel lebhaftere Nahrung. Wir haben heute leere Nahrung. Dann müssen wir hingehen und sagen, wir müssen, damit der Protein zu Aminosäurenprozent richtig ist, irgendwo um die 20, 25 Prozent Proteine essen, wenn wir mehrheitlich oder viele vegane Proteine nehmen. Wie sind deine Erfahrungen, vegane Proteine, also aus veganen Quellen im Vergleich zu Fleischproteinen? Also die Proteine sind eben, wie gesagt, die Wertigkeit spielt eine Rolle. Beim Fleisch muss man immer daran denken, dass wir ja auch viele andere positive Geschichten im Fleisch drin hätten. Hätten, sage ich, gutes Fleisch hätte wirklich sehr viele gute Faktoren, wie jetzt das Eisen, B-Vitamine und so weiter. Heute ist es so, dass es statt B-Vitamine und solche gute Faktoren hat es Hormone drin, also Stoffwechselprodukte, um das Fleisch schneller wachsen zu lassen. Wir wissen ja heute, wenn wir ein Huhn freisetzen, das aus der Zucht kommt, wächst es weiter, bis die Knochen brechen. Das heißt, es wird einfach vorher gekillt. Also wir essen Hühner, die eigentlich alle sterben würden, wenn wir sie freilassen, weil sie weiter wachsen und die Knochen brechen würden. Das Muskelgewicht ist zu stark für die Knochen, weil sie haben dann zu wenig Calcium für die Knochen und zu viele Muskelpakete. Das heißt, auch in der Fleischindustrie, ob es das jetzt die Schweinefleischindustrie ist oder was auch immer, das ist alles vollgepumpt mit Mitteln, die die Muskeln und das Fleisch natürlich zarter machen. Aber es sind Hormone und alles Mögliche drin, was nicht so wahnsinnig gesund ist. Das gesunde Fleisch schmeckt nicht so gut wie das ungesunde. Das muss man einfach mal wissen. Also wenn wir Wildfleisch von einem Wildtier essen, dann schmeckt es nach Wild. Wenn wir heute die Menschen fragen, wie schmeckt dir das? Dann sagen wir, das schmeckt ja ganz komisch. Es muss ja nach nichts schmecken, damit das Fleisch gut ist heutzutage. Ja, es wird ja dann mit Soßen verfeinert. Genau. Also das hat viel damit zu tun, dass unsere Gesellschaft natürlich durch die Industrie heute desinformiert wurde und sich nicht mehr natürlich ernährt und die natürliche Ernährung gar nicht mehr erkennt. Es ist sogar so, dass wenn jemand sich über Jahrzehnte falsch ernährt hat, eine gesunde Ernährung gar nicht verdauen kann. Der muss sich zuerst langsam daran gewöhnen. Wir können nicht jemandem, der noch nie Gemüse gegessen hat, sagen, iss mal 500 Gramm Gemüse. Für mich ist das normal, 500 Gramm Gemüse pro Tag zu essen. Aber versuch das mal jedem zu sagen, der das nicht gemacht hat bis jetzt. Der verdaut das gar nicht. Der hat ein Riesenproblem damit. Der hat nur Blähungen am Anfang. Der muss zuerst wieder an die gesunde Ernährung angeführt werden. Was ist deiner Meinung nach dann der richtige Weg? Sollte man vielleicht doch wieder erstmal Ernährung anfangen, bevor man dann supplementiert? Also es ist so, dass man, je älter man wird, je schwächer ist der Stoffwechsel. Je älter man wird, je sinnvoller ist es natürlich auch weniger Fleisch zu essen. Aber gleichzeitig empfehle ich natürlich die Gabe von Aminosäuren. Und zwar ganz einfach darum, weil die Aminosäuren sind sehr, sehr wichtig für den Knochenstoffwechsel. Also nur die, die denbaren Knochen brechen nicht. Das heißt, wenn wir älter werden und wir bauen Muskeln ab, bauen wir auch den Knochen ab. Das heißt, das Protein am Knochen wird dann auch weggehen und der Knochen wird brüchig. Also all die Geschichten, die im Alter Probleme machen, haben auch mit Proteinmangel zu tun. Und wenn wir schlechter für Stoff wechseln, haben wir noch einen schlechten Wirkungsersatz als die 34%. Und deshalb muss man sagen, also wenn wir Aminosäuren supplementieren, das teste ich natürlich, dann supplementieren wir vier bis sechs Tabletten pro Tag. Das entspricht energetisch dann bis zu 200 Gramm Fleisch. Und wir essen ja nicht 200 Gramm Fleisch. Aber wir haben dann die Energie von 200 Gramm Fleisch, die dann verwendet werden kann, weil da wird 100% aufgebaut. 100% kann sofort verwendet werden. Wir haben keine Problematik mit der ganzen Verbrennung der Proteine. Du musst dir mal vorstellen, wie viel Stickstoff produziert wird, wenn man Proteine auseinandernimmt und wieder verstoffwechselt zu Fett und dann zu Zucker. Also das ist ein Riesenthema für die Niere. Also der ganze Stickstoffstoffwechsel aus den Proteinen rauszunehmen, wieder zu Aminosäuren zu machen und wieder neue Muskeln oder Knochen zu bauen, ist ein Riesending. Und deshalb, es ist einfach so, wenn wir älter werden, wenn wir gesund bleiben wollen, dann wird einfach mit der Zeit, wir müssen nur schauen im Altersheim, was bekommen die im Altersheim zu essen, oder? Kaffee und Brötchen und Zucker. Und genau das brauchen Sie nicht. In diesem Sinne, vielen Dank, Daniel. Auch Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Sie mehr Informationen wollen, Sie finden mich unter www.selbergesundwerden.com. Besten Dank und schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020